Kommentare und falls ihr unserer Gilde beitreten wollt bitte schnell, bitte schnell bevor er so voll ist, oder was? ja, wir sind bei 43 Mitgliedern und ich glaub wir können maximal 60 aufnehmen kann das sein? wir können hier einmal um 10 erhöhen hallo, zeig die Fähigkeit zeig die fucking Fähigkeit zeig die fucking Fähigkeit interessant okay, äh, steht wieder geil, Alter, der hat einen Ständer also Mardern der Verrückte, sagst du ja, mein Drache hat einen Ständer guckst du dir an, ist ja eine Fühler, ey oh mein Gott ist doch dein Real Life Zustand ja, war echt, ey so, jetzt aber zeig die Fähigkeit ich renne jetzt verbraucht einen Gildenpunkt und benötigt Gilden Level 5 hm, vielleicht sollten wir nicht mehr so viele Leute einladen warum? naja, dass auch noch die rein können ey, wie leicht wird Mardern der Verrückte wenn ich die Typen hier ich kämpfe gegen 5 gleichzeitig und du kriegst sie so weg in 10 Sekunden down ja und zwar alle ja, in 3 Schlägen sind die eigentlich weg ja, das ist es ja zack, 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 zack so, dann haben wir noch einen Dieb den müssen wir eigentlich töten Steinbruch, Dieb ok, dann mach ich dich mal fertig ja, ich mach alles fertig hier so, ich nehm mal schnell den Hammer ich glaub, das geht dann schneller boah boah ein Bogen macht auch gut Schaden, ne? danke ey, komm Schmuggler-Vasal, Schläger und Dieb also alles padam hallo ich will die Fähigkeit warte, ich hol gleich mal einen Drachen raus, weil wenn man einen hat, warum nicht? ja, warum nicht hallo Fähigkeit, ach so, geht gar nicht oh, jetzt hat er wo sind denn noch welche da? jetzt hat er mich üben mietet na, so Tja, ich hab' vorher hochgehauen bevor er mich umgedeckt hat ja, ich wollt' mal nur mit Fähigkeiten killen jetzt mach ich die ganze Zeit schon, ne? was halt da dann ey, hier ist nix mehr los dann geh halt in die Mine ja, mach ich auch so, ich hol' jetzt meinen fucking Wasserdrachen raus, ey oh, Wasserdrache der tut's gut in Höhlen ja, der tut, äh genau, Wasserdrache in Höhlen sag ich doch so, ich push mal alles oh, Schmuggler-Wassal, der war aber schnell tot noch ein Schmuggler-Wassal alter, jetzt ja, ich hol' hier alles ran und was machst du? du Klaus ich mach' hier alles fertig ja, ich hol' hier mal ran ich will die auf einen Schlag fertig machen Achtung so, jetzt haben wir gleich ein Schmuggler-Wassal fehlt noch okay da hinten ist glaub' ich da ist einer dann mach' mal Drache weggeschickt, Zeit ist abgelaufen was zum Henker naja, komm, neuer Drache habs ah, noch ein Schmuggler-Wassal noch ein Drachengeschenk plus 2% Gesundheit ich mag den Wasserdrachen ich glaub' ich behalte den der ist chillig mag den nicht ich find' der sieht so schön aus der sieht nicht geil aus, aber ich hab' hier noch ein Schmuggler-Wassal komm' ich mach schnell sehr gut dann haben wir's nämlich und dann kommt jetzt die überhebliche Schönheit und der andere Zip wie heißt er nochmal? Pam Hallo kommst du bitte warum kann ich den nicht angreifen? nein, nicht schon wieder, oder? nein jetzt kann ich ihn angreifen danke der war nämlich letztens verbuggt dass man den nicht angreifen konnte nee, ich kann ihn angreifen das war nur ne kurze Zeit okay so, dann jetzt Madon der Verrückte würd ich auch sagen easy 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 ich ich Alter, wir sind so geil im Singen ähh zaga 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 okay er ist gut ja jetzt ist aber Ruhe hier war nix drin 3400 EP haben wir bekommen nein fast Level Up nur B. Ich brauch auch noch ein bisschen da Zeitlimit jeden Park, da Stern von Bacra was ist das? Ist das 2000 Erfahrung? Danke Level Up, BAM Warte was hab ich denn dabei? mir geht auch noch so wenig Scheiße warum ist das alles auf Level? Danke, Guerilla Schulterschutz wie viel hab ich denn? 80 Punkte? Scheiße ich mach noch den Nachtwind ach scheiße dann brauch ich noch zwei dann mach ich gleich noch den Heuler wieder offscreen dann haben wir es wieder warte ne einen machen wir noch zusammen den Heuler da reicht mir seit 10 Minuten wo ist der? du weißt doch wo der Heuler ist wo war der nochmal? in der Siedehöhle also du willst Heuler? ne eigentlich nicht, ich will den anderen aber weißt du wo die anderen sind? Ich weiß es nicht wen haben wir noch? also B also kann ich jetzt eigentlich mal deine Bitte angucken? hä? ich konnte deine Namenskarte gar nicht angucken als du auf Level Up warst also ich muss noch Nachtwind schön geschrieben, schön geschrieben, das mag ich äh, Nachtwind wollten wir machen, ne? ja, aber der bringt nur 10 Punkte egal ja, hast du recht und ab geht's übrigens, äh, Einfügen ist die, ähm, Bewegungssperrtaste also im Default ich hab sie mir auf durchgesetzt was war das nochmal? ach ja, genau, Laufen Laufen gibt's auch noch die ist bei mir bei Rollen ah ok, dann hast du sie auf Rollen weil bei Aion war's ja so, dass wenn man Rollen gedrückt hat ist man automatisch geflogen, glaub ich und ich hab das einfach auf treffen mit dem Herrscher des Unterwelthafens ach so, das muss ich noch machen, okay ich dachte grad, wo kam das denn her? ja, das, der ist in Dingens, in Rohan so, ähm, soll ich die Eier machen oder soll ich töten? hä? ja, das muss der zwei Sachen machen wir müssen nur Nachtwind killen also müssen wir erst die Eier machen nein, wir müssen die Eier machen und dann die, äh, und die Viecher töten was willst du töten? dann können wir Nachtwind töten egal wir müssen, nein, verbleibende Zeit-Event, ach Gott ok, dann haben wir wenigstens was zu tun hier, die paar klein, oh, es dauert ja nicht lang lass mich bitte mal alle pullen ja, ich will auch ich kann das auch siehst du, ich kann das auch nein, du pullst die mir alle weg, du bist so ein was heißt, ich pull die weg, ich töte die ja, aber ich will mal alle auf einen Punkt haben na, mach doch weil das leckt immer so schön bumm ich will auch ach Gott, jetzt hast du deinen Spaß ja, hatte ich so, ich geh mal kurz hier raus gucken, ob da irgendwelche Leute hier stehen die wir einladen können ja, komm, die machen wir auch noch mit hier, euch zwei so, zack weißt du, wie schwer diese Drachen am Anfang waren? aber echt, ey, die waren scheiße schwer mittlerweile, du machst 10 Schüsse drauf und der ist tot einfach nur 10 Schüsse, ohne Fähigkeit ohne Fähigkeit boah, Junge, das leckt so okay, Event ist gleich wieder da ganz kurz noch wenn ich zwei, mehr als drei oder vier Leute angreife dann fängt es so an zu laggen okay, Event ist wieder da, kommst du? äh, bei mir ist es noch nicht wieder da bei mir schon ach, Wucksack ist voll, okay ah, jetzt ich mach die Raptor-Drachen schnell ach so, die muss man ja auch machen ja, du mach Eier ja, genau kann ich die nicht nehmen? oh man so, Freunde, komm dran die sind so easy, die Raptor-Drachen aber jetzt sind die echt sau easy so, wie viel haben wir denn? ungefähr die Hälfte Sense des tyrannischen, große Zweihandsense ich glaube, Sense sind doch gar nicht ich muss mal kurz hier zwei Raptor-Drachen machen die sind mir im Weg Sense sind nämlich gar nicht für mich hab ich jetzt rausgefunden hab ich mir auch gedacht das hätte mich ja gewundert ja, hab ich gedacht, dass die für mich wären aber war wohl nix ja, ein Ei noch so und letztes Ei ach Nachtwind Nachtwind ist übrigens da, ne? oh, ja okay, dann machen wir den schnell der, den macht grad jemand ah, okay übrigens, dieser jemand wird jetzt unsere Gilde beitreten ja, hoff ich doch Dragon Smitter so tadam wir greifen auch mal an na, locker, ja geht der huch ja, geht auch locker so, ich hab kein Mana so, ich will der sein, der es ausnimmt muss einer von uns beiden sein ach, keiner ausgenommen 27, 27 wie geil okay, gehen wir mal auf B hat der jetzt was gebracht? ne okay, dann machen wir noch einen so für sieben Minuten haben wir wo gehen wir hin? oh, keine Ahnung such dir einen aus wir können machen Heuler also ich müsste noch in der Omati-Schlucht den machen okay, willst du Heuler äh, soll ich Heuler machen du machst Omati-Schlucht oder gehen wir beide? ne, da machen wir schon beide Heuler okay, ähm ja, hast du recht oder weißt du was? komm, wir gehen Omati-Schlucht da waren wir noch nie dann mach ich den Heuler grad off-screen stimmt, das haben wir noch nicht aufgenommen ne? ne, dann mach ich den Heuler grad off-screen und wer bringt mehr Omati-Schlucht oder Heuler? Heuler aber äh ja dann lass Heuler machen warum? was, wie viel brauch ich? 100 Gilde 100 brauch ich ich hab grad 60 okay brauch 70 für den was kriegt man für Heuler? du musst alle also du musst alle machen bis auf ich sag's dir sofort mach musst alle machen bis auf alter jetzt zeig mir das bis auf Bernstein-Hakenflügel und Pabua dann hast du 100 ich bin grad auf dem Weg in die äh Omati-Schlucht okay Omati-Schlucht ist falsche Richtung aber ich muss noch schnell in die Stadt ich hab nämlich einen vollen Rucksack und ich kann doch egal da drin kriegst du eh nur, Crap naja, ich nehm's trotzdem mit verkaufen kann man's immer bitte ist da ist da ne Bank drin? der Rucksack ist auch fast froh nein, in Siberne gibt's keine Bank du willst mich verarschen ja, ist doch scheißegal nein, ich brauch mal ne neue Waffe mhm da ist nur Crap drin fuck yes ach stimmt, du bist ja auch ein Level up wie ich ja eben hast du aber nix gesagt ich bin zur fucking ach doch, da ist ne Bank doch, hab ich gesagt nein doch, hab ich nein ich wette mit dir um 2 Euro, dass ich ein Videobeweis habe, dass, äh ich's gesagt hab nein doch nein jo Rucksack gefolgt ach so, ja Rucksack Rucks Spiel kann süchtig machen Teilnahme erst ab 18 hä, wo liest du das? so, ich legge ich legge das war grad Wette ach so kommst du äh, ja, ich muss noch schnell was verkaufen ich weiß doch, dass mein Rucksack voll ist, Schnucki weißt du was, durch die Omati-Schlucht fennst du einfach nur durch äh, ja ich find das richtig am Ende den, den Drachen, den machst du auch ganz easy mal weg ich will dich nicht angreifen ja, guck mir meine Ware an ja, das mach ich gleich ich verkauf erst mal den ganzen Shit Aurora Shield huch ach so, nein, ich will da noch nicht rein ich bin drin okay, warte also, wir sehen uns gleich ne? ja, ja, bis gleich ich renne hier jetzt einmal durch so beeil dich, wenn du beim Boss noch was kriegen willst äh, weißt du was, dann gehen wir einfach aus der Gruppe warum? also, dann kannst du allein machen ja, eben dann geh mal raus so easy that is ich weiß gar nicht, was jetzt besser ist deswegen behalte ich das erstmal ja, geht mir auch so ich muss erst ob die Waffe auch gut ist bevor ich's dann richtig mach ja, so ich hab erst mal den ganzen Crap verkauft ja, süße mit deinem geilen Arsch Honey, kommst du erstmal in unsere Gilde so so ich hab 3,40 Mitglieder immer noch ja, das wow wow wie viele ich gepullt hab ja, ja, das ist das da kommen ein paar mal gucken, wie weit die mich verfolgen wah drachen so, das Schild nee, komm den, äh den Crap lass ich erstmal da und zwar hätte ich jetzt gern das da 581 macht die Waffe